Wir haben wieder ein Life-Facts. Vorsicht, Trigger-Warnung mit einem Teppichmesser. Mal gespannt. Da fällt ein Kerbe rein. Ah, ja, das, ja, er hat da auch so eins. Jetzt ist hier nur Metall, dann müssen wir mal gucken, ob wir da durchkommen. Aber wir haben ja auch das Hotomesser, da haben ja auch viele gesagt, dass das dafür da ist. Schönen guten Tag. Hallo Chef, guten Morgen, ich heute nix kommen, ich online arbeite. Ja, könnten wir machen, alles klar, dann bis morgen, tschau. Ihr habt bei dem Hotomesser, wo ist das Hotomesser, wo ist mein gutes, wo ist mein Hotomesser? Das Ding, au, also da ging ja wirklich von A bis Z alles durch. Das für Folie, das für Gurte, das probieren wir jetzt mal aus. Wir machen uns einmal hier eine Kerbe rein und probieren es damit nochmal aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat funktioniert, aber Werkzeugzerstörung. Natürlich, wenn ihr das häufiger macht, ist das ganz okay. Ich gebe dem trotzdem nur 5 von 10 Punkten, weil es ist immer noch ein bisschen kanklich. In dem Video haben sie den Draht über das Messer gerollt. Das kann es natürlich nicht machen, wenn das Kabel schon irgendwo raussteckt. Wir gucken uns da mal ein paar andere Abisolierer noch an. Und ich finde das Thema ganz interessant. Also, tschau.